Fein und gestriegelt, so sollte ein Doktor auftreten. Doch viel wichtiger ist, dass man immer für seine Patienten da ist, sich rund um die Uhr um alles kümmert. Organisation ist das halbe Leben. Der Kalender ist das Herz unserer Ordination. Er gibt den Takt an. Und wenn ich mal was ändern will, ganz einfach Klebezettel. Das hier ist die Festplatte. Unser Gehirn, ein Ort für die sensiblen Dinge, an dem alle Patientendaten sicher aufgehoben sind und an dem wir jeden Tag Daten speichern können. Und weil auch das Computerprogramm sicher sein muss, nutzen wir immer die allerneueste Version, die wir immer selbst installieren. Das ist wie eine Impfung für den Rechner. Ein klares Fazit. Was gut ist, muss teuer sein. Aber dafür ist es ja auch gut. Kommen Ihnen diese Szenen bekannt vor? Mir nicht mehr. Ich arbeite mit Latido, der Artsoftware der nächsten Generation. Intuitiv, flexibel, sicher. Ich habe sich nie sicher. Ich sehe,